Hallo, hier ist Podcast von Sven Heidenreich und ihr hört die Folge 884, keine besondere Folge, aber ich möchte noch ein bisschen an meinem Mikrofonsound arbeiten. Ja, irgendwie bin ich immer noch nicht richtig zufrieden, ja mit viel Bass, das klingt dann immer so ein bisschen, ja kann man sagen, was man will. Ich habe jetzt aber immer noch den Windschutz drauf und ja, versuche natürlich mit dem Shure SM58 einigermaßen zu kriegen, sodass man sich das auch anhören kann. So ganz zufrieden bin ich immer noch nicht. Mal gucken, ob es jetzt etwas besser wird. Ich habe jetzt einfach die Bässe auf Mitte gemacht und die Höhen sind voll drin, sodass die Stimme auch eine gewisse Klarheit hat. Ja, das hört man jetzt natürlich nur, wenn man es vielleicht über Anlage hört oder so, dann ist die Stimme nämlich nicht ganz so heftig. Wenn ich jetzt nämlich im Gegensatz den Bass reinmache, das würde dann so klingen, also wir machen nochmal ein bisschen Soundcheck für euch. So wäre der Bass voll drin, also das wäre jetzt so der totale Bass-Sound. Und so, jetzt können wir natürlich auch den Bass ein bisschen rausnehmen, so machen wir mal wieder Mittelstellung. Also so finde ich, klingt es über meinen Kopfhörer ganz angenehm, halt für Sprache. Und ich versuche jetzt einfach mal den Sprach-Sound. Und ich könnte natürlich auch noch ein bisschen Höhen rausnehmen, aber dann klingt es wieder zu dumpf. Also die Höhen müssten schon sein, zumal ja der Windschutz, den ich hier drauf habe, auch ein bisschen schluckt. Also ja, ich arbeite wie gesagt immer noch so ein bisschen an meinem Sound hier, an dem Sound des Mikrofons. Und ja, heute ist Sonntag und ja, morgen gehe ich wieder arbeiten, ganz normal. Also ich hoffe, dass das mit dem Wasserschaden jetzt alles überstanden ist und ich da nicht mehr viel Stress haben werde. Und ja, diesmal ohne Intro, denn ich habe mein Keyboard gar nicht aufgebaut. Ich muss immer gucken, dass ich direkt hier rein spreche, was ein bisschen nervend ist, weil man ja dieses Fell am Mund immer hat. Aber ja, muss man sich halt dran gewöhnen. Das ist ja ein Schur, da muss man ja direkt rein sprechen. Und ja, ich hoffe, dass das einigermaßen geht. Ja, ich dachte mir, vielleicht nochmal eine kleine Mischpultfolge, einfach mal so als kleines Sahnehäubchen. Ja, so dass ihr hört, es geht auch trocken. Obwohl ja trocken eigentlich nicht so mein Ding ist, aber für manche Sachen ist es ganz gut. Vor allem, wenn im Haus viel ist und viele Leute ein- und ausgehen, dann ist es natürlich besser, eine trockene Aufnahme zu machen, weil man dann nicht die Geräusche von irgendwelchen anderen Leuten hat. Ja, natürlich werde ich wieder mal hier, natürlich kriege ich auch mal wieder mit Gesellschaft. Mieze ist hier bei mir. Die Mieze steht hier neben mir auf dem Schreibtisch. Und ja, ist gut drauf, glaube ich. Lässt sich gerade streicheln. Ansonsten, ich habe jetzt über unsere Gruppe Podcast von Sven Heidenreich mal so ein bisschen Kontakt mit Be My Eyes, also diese, wo man auch Fotos beschreiben kann. Da gibt es ja jetzt auch so eine künstliche Intelligenzfunktion. Und ich muss sagen, also ich habe dann mal so ein bisschen bei Seeing AI, so geht es ja auch. Und ich finde, also was diese Beschreibungen da, was da rausgeholt wird, ist wirklich Wahnsinn. Also da werden wirklich Sachen beschrieben, die schätzt man gar nicht selber ein. Also da kommen zum Beispiel so Sachen, wenn ich meine Katze fotografiere und die liegt auf meinem Schoß oder die liegt irgendwie bei mir, dann kommen so Sachen wie, ja, dann wird irgendwie der Hintergrund des Raumes noch beschrieben und was da so ist. Und dass mein Arm behaart ist und es ist schon interessant, also was für Kleinigkeiten da, auf was da geachtet wird. Und es ist wirklich die Beschreibungen von Seeing Eye und auch von Be My Eyes sind wirklich sehr gut. Und ja, jetzt kann man natürlich auch das ein oder andere Foto mal schießen. Natürlich werden die nie so wie bei einem Sehenden, das ist klar. Aber zumindestens, wenn man mal ein Foto geschickt bekommt, kann man es sich ja dann beschreiben lassen. Und das finde ich ganz gut. Also da ist künstliche Intelligenz wieder etwas Gutes. Es gibt natürlich auch einige negative Aspekte, aber gerade was sowas angeht, da muss ich sagen, finde ich es ganz cool, wenn ich mal wirklich ein Foto kriege, nehmen wir mal an. Ja, ich würde jetzt eine neue Frau kennenlernen und sie würde mir ein Foto schicken, dann würde mir das so beschrieben werden. Obwohl ich ja nicht nach dem Aussehen gehe, überhaupt nicht. Aber mir ist das Aussehen vollkommen egal. Aber das kann natürlich für manch andere Sachen eine Hilfe sein. Ja, also wie gesagt, ich taste mich jetzt so langsam an diese Apps ran und versuche ein bisschen was zu nutzen von diesen Apps, wie Be My Eyes und so eine Geschichten. Und ich finde wirklich, also ja, man kann da schon einiges rausholen. Vor allem, wenn man wirklich mal ein Foto geschickt bekommt, dann kann man das analysieren lassen und dann beschreibt er das und dann weiß man auch, was die anderen ungefähr sehen. Das finde ich eine ganz gute Sache. Also gerade auch, wenn jetzt mal Fotos gemacht werden, ich denke jetzt zum Beispiel an meine Arbeit, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand mal ein Foto gemacht hat von mir oder von irgendeiner Situation, zum Beispiel auch, wenn jetzt wir wieder auf dieses Spätsommerfest gehen und diese Kutschfahrt. Gut, letztens gab es ein Video, das fand ich sehr schön, aber ich werde auch mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja auch hin, wenn wieder diese Kutschfahrt ist, dass jemand ein etwas längeres Video macht. Wobei, da ist ja immer das Problem, wenn irgendwo Musik im Hintergrund läuft, dann kann ich es natürlich nicht hochladen. Aber cool wäre natürlich von sowas. Aber wie gesagt, das ist immer schwierig. Ich brauche es auch immer von den Leuten, die Erlaubnis haben. Und ja, das ist halt immer blöd. Aber wie gesagt, aber trotzdem, oder wenn man mal wirklich ein Foto macht irgendwie, dann kann ich mir das zuschicken lassen von jemandem und dann kann ich mir das beschreiben lassen. Und das finde ich, das finde ich irgendwie eine ganz gute Sache. Werde ich natürlich nicht so oft benutzen, aber ja, für manche Sachen ist das bestimmt sehr cool. Oder wenn man jetzt zum Beispiel sich für ein gewisses Gerät interessiert, dann kann man auch das Foto sich schicken lassen oder das Foto sich irgendwie ziehen aus dem Internet oder was weiß ich was und kann sich das dann beschreiben lassen. Wie sieht das Gerät aus? Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Gut, also da muss ich sagen, das sind wieder so Features, die ich ganz gut finde. Und dafür ist ein iPhone gut. Und ich meine, die neuen iPhones, die können das natürlich auch noch besser. Die haben ja noch diesen Light-Sensor und da ist die Kamera besser. Und gerade wenn jetzt bald das iPhone 16 kommt im September. Also das ist natürlich, das ist natürlich zwischen iPhone XS Max und iPhone 15 liegen ja schon Welten, wenn dann noch das 16er. Also das ist natürlich, da ist natürlich viel mehr drin. Meistens wird bei, also bei Beamer Eyes weiß ich und auch bei, ich glaube auch bei Seeing Eye, wird die rückseitige Kamera benutzt. Und ja, ich finde das einfach interessant. Ich habe mich eigentlich nie so groß damit beschäftigt. Ich habe so jetzt in einer Podcast von Sven Heinrich Gruppe hatte Markus mal danach gefragt und Stefan hatte dann die App gleich reingestellt und da habe ich gesagt, naja gut, dann benutze ich das doch auch einfach mal. Und ja, es ist schon komisch, wenn man dann so selber Fotos macht und dann beschrieben bekommt, ja, ist etwas unscharf. Nein, das ist nicht so, das ist schon, also ja, es macht auch ein bisschen Spaß, muss ich sagen. Also Fotos machen ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie immer machen würde, aber es ist auch einfach mal schön, so eine Beschreibung zu kriegen. Und ja, gerade wenn man jetzt wirklich mal ein Foto geschickt bekommt, ist es eine schöne Sache. Naja, also da bin ich gespannt, inwiefern die Entwicklung dann auch weitergeht. Ich meine, das wird ja auch alles immer besser und ja, da können wir nur gespannt sein. Na gut, das reicht als kleine Folge nochmal mit dem Mischpult. Diesmal also Bass in Mittelstellung und ja, höhenvoll aufgedreht und den Windschutz natürlich drauf, damit wir keine Pop- und Plopp-Geräusche haben. Und die, muss ich sagen, filterte der Windschutz gut ab. Das Einzige, was halt ein bisschen schade ist, ja, der Windschutz, der, ein bisschen nimmt er natürlich weg, aber das ist ja nun so, ne, aber dafür haben wir einen schönen, reinen Sound, hoffe ich. Und naja, dann hören wir uns in der nächsten Folge, das wäre dann die 885. Bis dann, ciao, ciao.